Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tessi Supply. Mein Name ist Marin und ich bringe dir heute ein neues Update und heute mit dem Thema Tesla CEO Elon Musk kauft Twitter. Und darüber möchte ich heute einmal sprechen und möchte hier einmal ein paar Punkte auflisten, in welcher Hinsicht dieses Thema eine Chance sein kann, aber auch ein Risiko. Und da werden wir uns auch mit der Frage auseinandersetzen, wie weit geht denn Meinungsfreiheit? Denn es wird ja sehr oft im Internet davon gesprochen, dass Elon Musk jetzt wieder die Meinungsfreiheit herstellt. Das ist ja auch sein persönliches Thema. Und da ich mich natürlich extrem viel mit Tesla, aber auch allgemein in der Elektromobilität auseinandersetze und dadurch natürlich nicht um Elon Musk herumkomme, möchte ich hier einmal auch meinen Kommentar zu diesem Thema abgeben. Ja, Meinungsfreiheit ist ein sehr, sehr hohes Gut und es ist sehr, sehr wichtig, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Meinung frei zu äußern. Die Frage, die man aber immer stellen muss, ist, wie weit kann das denn gehen mit dem Thema Meinungsfreiheit? Man kann sehr, sehr kontroverse Meinungen haben, aber man kann auch Meinungen haben, die zu Hetze führen, zu Beleidigungen führen. Und das kann man alles unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit natürlich auch kundtun. Und da liegt die Gefahr, wenn es um das Thema Twitter geht. Denn wir wissen alle, es gibt viele Persönlichkeiten in der Welt, die unter dem Deckmantel Meinungsfreiheit versuchen, Menschen aufzuhetzen, Menschen gegeneinander aufzuspielen und dieses immer mit ihrer Meinungsfreiheit begründen. Und da ist halt die Gefahr dessen, Elon Musk spricht ja immer von der Meinungsfreiheit und ich glaube, das ist die große Angst, die viele Menschen haben. Was ist jetzt die Definition oder was sind die Kriterien, die er persönlich als Käufer von Twitter hier als Meinungsfreiheit sieht? Es gibt einen Ex-Präsidenten in den USA, der sehr, sehr viel Schlimmes getan hat unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit und hier auch für sehr, sehr viel Hetze gesorgt hat. Und deswegen ist natürlich zu Recht die Befürchtung da, dass solch ein Account, wenn er reaktiviert wird, dann wieder zu Hetze führt. Auch ich als YouTuber mit meinem etwas größeren Kanal als hier jetzt auf Tessi Supply auf dem Kanal Tesla Mac muss ja absolut auch mit der Meinungsfreiheit mich auseinandersetzen, wenn Menschen verschiedene Meinungen unter meine Videos posten. Das ist grundsätzlich auch alles richtig und natürlich gibt es mal negatives Feedback und dieses muss man dann auch akzeptieren. Ein negatives und konstruktives Feedback jedoch ist etwas anderes, als wenn jemand einen Hetzen tut oder wenn jemand wirklich einen persönlich beleidigt. Da ist dann immer die Frage, möchte man das noch unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit machen, wenn es dann persönlich wird? Also das sind so Dinge, auf die wir uns jetzt konzentrieren sollten in den nächsten Monaten, wenn wir uns um das Thema Twitter kümmern, dass man da einfach mal beobachtet, in welche Richtung geht das. Und wir wissen auch, dass das ein sehr, sehr schmaler Grad ist, auf dem sich Elon Musk hier bewegt. Sollte er jedoch im Zuge dessen, was er ja auch schon selber in zwei Interviews gesagt hat, sich weiterhin an die Gesetzeslagen halten und hier noch mal zwischendurch auch ganz kurz noch mal Werbung in eigener Sache. Auf Tessi Supply könnt ihr das Gigasommer-Paket kaufen für 15% Rabatt, eine 5er-Kombo-Link oder direkt auf unsere Website gehen, findet ihr das Kombo-Paket. Also wenn Elon Musk, wie gesagt, hier sich im Rahmen der Gesetze bewegen wird, sprich Hetze, Hass, Falschinformationen etc., die einfach ganz klar nicht mehr unter den Deckmantel der Meinungsfreiheit fallen können, wenn dagegen weiter vorgegangen wird, dann ist es natürlich auch eine Chance für Elon Musk, sich da positiv zu profilieren. Natürlich ist das, wie gesagt, sehr, sehr schwer und deswegen bleibt es spannend, was Elon Musk hier mit Twitter machen wird. Es ist natürlich auf der anderen Seite, wenn diese Kriterien erfüllt werden, also keine Hassplattform daraus entsteht, ist es natürlich so, dass es auch ein Werbemittel für Elon Musk, für die Marken SpaceX, Tesla und seine anderen Projekte sein kann und natürlich hier sehr viel Aufmerksamkeit kommt, die natürlich auch Tesla als Unternehmen helfen kann. Die andere Frage, die man sich natürlich grundsätzlich stellen muss, ist, ist es ein richtiger Weg, dass nicht nur Elon Musk, aber übrigens ja auch zum Beispiel Jeff Bezos mit Washington Post, dass solche Milliardäre die Kontrolle über die Medien übernehmen sollten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich nur die Alternative, dass es andere Großinvestoren sind. Es ist immer leider ein großes Problem, dass man nicht weiß, was ist die bessere Situation hier, ob es Großinvestoren sind, ob die Situation, wie sie bei Twitter jetzt bis vorgestern war, besser ist oder ob ein Milliardär hier entsprechend solch eine Plattform kontrollieren sollte. Also ihr seht, die Thematik ist sehr, sehr kompliziert, vor allem, wenn es um die Meinungsfreiheit geht. Und hier kann ich, wie gesagt, nur das sagen, wie ich persönlich die Meinungsfreiheit sehe, wie sie auf einer Plattform sein sollte. Und natürlich aus meiner Erfahrung als jemand, der auf YouTube unterwegs ist, kann ich natürlich sagen, dass es manchmal wirklich sehr grenzwertige Kommentare gibt, wo man sich dann fragen muss, ist das jetzt ein Sarkasmus, Schrägstrich Provokation, wann wird es eine persönliche Beleidigung, eine persönliche Drohung. Das sind alles Dinge, mit denen man sich natürlich auf einer Plattform wie Twitter auseinandersetzen muss und wo natürlich zu Recht auch in der Vergangenheit Plattformen wie zum Beispiel Facebook ganz, ganz stark in der Kritik standen und die natürlich dadurch auch ein wenig an Beliebtheit verloren haben, weil einfach viel, viel Hetze und Falschinformationen unterwegs sind. Und diese ganze Komplexität, ja, das wird sehr, sehr spannend werden, wie Elon Musk damit umgehen wird. Die Chancen auf der anderen Seite sind natürlich, dass Twitter vielleicht auch Neuerungen bringt, Dinge vereinfacht, dass man mal seine Tweets wieder ändern kann im Nachhinein und natürlich vielleicht die Dinge, die in den letzten Jahren stehen geblieben sind, die vielleicht auch die Plattform etwas innovativer machen und vielleicht auch mal etwas Neues dann bringen, dass das vielleicht durch diesen Kauf auch möglich wird. Ich hoffe, ich habe dir hier so ein bisschen einen Eindruck gebracht, was ein Nachteil oder ein Risiko ist. Und man darf nicht bedenken, wenn das hier zu einer Plattform wird, wo leider dann die schlechten Kriterien, die ich ja genannt habe, dann zum Hauptaugenmerk werden und diese Plattform übernehmen, dann besteht natürlich auch ein großes Risiko für den Ruf von Elon Musk. Also ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Schau auch gerne bei unserem Podcast auf TessiSupply vorbei. Da berichte ich ja jeden Tag über Tesla. Ich danke dir. Bis dann und tschüss.